ja wohl auch nicht aber ich habe noch gar nicht einfach eingehen ist schon mal sehr gut und wir haben aber nur zwei wellen und auch um die um zwölf inhalt na toll das haben wir verloren soll es ja richtig richtig safe verloren ja vorkommen schüsse ja nicht so irgendwo in den häusern irgendwo in den häusern alter mein gott wo sind denn die hin wo ist ja rechts glaube ich jetzt ok da ist keiner irgendein beschuss wo keine wellen der gegner hat noch elf wellen ach da hat der gegner keine wellen gehabt verdammt wir hatten noch elf wellen ach ja wir sind in blau man es ist immer so muss man so gucken wer wo was ist es gerade so leute jetzt hat ich habe mir noch kein kill jetzt will jemand kill holen jungs ja let's go come on hooker 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 so kommt also jetzt packen wir jetzt einmal wenn man wüsste wo die herkommen holen 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 ja woher kommen die doch über diese mauer war es doch richtig aber nach acht sekunden bis zum restart also bis zum respawn meine ich eher gesagt komperiment schaffst du wir zählen dich zwar nimmer aber egal schaffst du schon so jetzt komm gehen wir mal die richtung lang wo die position rausschicken vielleicht hat dann zu knapp so knapp ach die kommen von unten auch noch nach kommen dass wir gar nicht wusste was habe ich jetzt eine idee ich gehe jetzt in diese andere gebäude rüber da wo der friseur salon war das war's die fänden das war es mit einfach die position aussuchen das war ich nichts nehmen dass es heute nichts also wir können ja auch einiges einstellen was wir für misiere nehmen wird dort könnten wir könnten auch dort nehmen und nehmen das hier damals sollen bis hier dran mal gucken ob es jetzt als mg schütze besser können was man nur beachten muss schwere mg der zieht halt nach oben wenn man schießt muss man einfach mal gucken was soll es ja ich habe ihn gesehen verdammt das gibt's doch nicht 06 das versteckt gleich noch nie ach je mini naja elf fällen hätten wir noch aber ob es was bringt uns das ist ja übelst laut mein gott ich hätte nicht gedacht dass die ist doch laut ist und ich habe einfach mal ein Mikro zu laut eingesteckt kann aus sein nö eigentlich nicht eigentlich nicht warum geht sie doch gesagt zur Straße Mama Mia so okay runter Alter Schwede das gibt's doch nicht Mann 07 ich hab noch kein einzigen das ist doch der Hammer das ist der Hammer das ist der Hammer ihr seht heute kämpfe stehen wir einfach nicht eindeutig so wird sein nach der Mission suchen uns einen anderen Server und eine andere Map ganz klar die Map ist schuld eindeutig so was bist du da da war einer da war einer ein Zucchini 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 heißt er die was ins denn Okay. Okay. Gewonnen. GG. Ich würde schreiben, wir wechseln einen Server. Oder es gibt einen Mapwechsel, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, es werden noch vier Runden gespielt. Ja. Genau. Ne, wir wechseln einen neuen Server. Ihr könnt aber auch gleich sehen, wie das Ganze hier aussieht. Also ihr seht hier einfach, es ist ganz cool gemacht. Ganz easy. So. Das sind die ganzen Server. Die sind alle befüllt derzeit. Ähm, Panch wäre cool. Also Panch ist mein Lieblings-Map. Hier wäre einer. Hoffen, dass die nicht die Nacht-Mission ist. Nein, ist er nicht. Gut. Juhu. Also Panch ist für mich das einfach die schönste dabei, weil das ist einfach so eine richtige schöne, große, offene Welt. Ähm, speziell ist der Demolation. Nehmen wir den Demolation. Ja, der hat Sorka-Song dabei. So, der hat HE-Granaten dabei. Ist ein bisschen übelst ausgerichtet. Wir können jetzt das wechseln zwischen Granatenwerfer und normalen M4A1. 4A1. Jetzt, das ist so eine Mission, wo man dann einfach, ähm, Schritt für Schritt die... ...Points einnehmen muss. Also Alpha, Bravo. Alpha und Bravo haben wir. Okay, Bravo habe ich gerade von denen eingenommen. Aber... Gut, wir haben noch keine Map mehr. Was? Wir haben keinen Pons mehr? Bravo sind unsere Death-Song, wir sind alle hier. Toll. Jawoll, Niederlage. Toll. Sehr schöner Schnellstart. Mann! Okay, das passiert ja auch mal, wenn man... ...ein neues Earth sucht und dann... ...kommt man halt gleich rein. Chunt man halt gleich rein und dann ist schon das Spiel zu Ende. Ähm... Wiederholen, komm. Leute, wiederholen. Komm schon wiederholt, wiederholt. Bitte, bitte, bitte. Buris. Na, okay, Buris ist auch cool. Dann machen wir Buris eben. Oh, Sincher ist auch cooles. Aber gut, Buris hat schon mehr Stimmen. Ähm... Buris ist auch eine coole Map. Das ist so eine große, lange Brücke. Und... Ja. Da muss man halt... Also die ist echt cool gemacht. Da gibt es ja auch so einen kleinen Fluss. Wenn du bei den Terroristen bist. Also bei einer aufständischen. Kannst du dich wirklich im Fluss reinlegen und sich verstecken. Und... Dann... Kannst du wirklich ein nach dem anderen... ...rausholen. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sind wir... Security. Äh... Red Dot nehmen wir mal. Und Tracer. Also wir nehmen jetzt... ...den Typen, den wir eigentlich spielen wollten. Vorhin. So. Oh, Leck 120er Ping habe ich. Toll. Hoffentlich geht er runter. Ich glaube ich habe einen Russen-Service oder so. Never give up. Oin SS. Alter. Junge. Das sage ich noch im Video. Super. So. M9 nachladen. M203. Wir haben drei... ...granaten dabei. Und sechs Magazine für die M4A1. So. Let's go, würde ich sagen. Oder? Kann man mal gucken. Die M4A1. Ich glaube nicht. Ende war, glaube ich, die M4A1. Hier war die M4A1. Okay. Was cool ist, da sieht man auch wirklich die Linien, die sie laufen. Echt genial. Also diese durchgezogenen Linien, die sie dann laufen. So. Jetzt müssen wir erstmal über die Brücke rüber gehen. Und das ist das wirklich schwerste überhaupt. Weil die Rebellen einfach einen großen Vorteil haben. Die können sich da in den Häusen verschanzen. Und dann uns einen nach dem anderen. Wenn wir über die Brücke gehen wollen. Pullen. Einzige Möglichkeit ist, wir könnten von der Seite kommen. Und das ist oftmals... Okay. Wir kriegen jetzt schon Alpha. Ah, hei. Geht aber schnell, Leute. Ah, scheiße. Der Seck. Ja. Seine Redpoint bisher, ne? Hat man schon gesehen. Siehst du ihn auch? Hoffentlich. Oder auch nicht.